Ohne Frage, eine akute Krebserkrankung zu erleiden und zu überwinden, das ist ein schwieriger und belastender Prozess. Das Leben nach Krebs ist nicht einfach wieder das Leben wie vor dem Krebs. Zwei von drei Patientinnen und Patienten haben nach einer überstandenen Krebserkrankung damit zu kämpfen. Das betrifft in Deutschland viele Millionen Menschen. Sie müssen sich mit den Spät- und Langzeitfolgen ihrer Erkrankung auseinandersetzen, körperlich und auch psychisch. Sie brauchen viel Kraft und Unterstützung, damit ihnen die Verbindung von Lebensfreude und dem verantwortungsvollen Umgang mit den Folgen der Krebserkrankung gelingt. Es ist daher gut, dass das Thema Langzeitüberleben nach Krebs in den letzten Jahren immer mehr Beachtung findet, auch in der Gesundheitspolitik. Wir arbeiten zum Beispiel im nationalen Krebsplan daran, Wissenslücken bei der Versorgung von Langzeitüberlebenden zu schließen und neue Versorgungsmodelle zu entwickeln. Spät- und Langzeitfolgen von Krebserkrankungen werden künftig auch besser in den Krebsregisterdaten erfasst und eingebettet werden. Zudem haben wir die Finanzierung von ambulanten Krebsberatungsstellen per Gesetz auf eine sichere und dauerhafte Basis gestellt. Sie stehen selbstverständlich auch Langzeitüberlebenden offen, unterstützen Sie mit Rat und Tat. Vor allem hilft aber auch das Wissen, nicht allein zu sein. Es kann so viel Kraft geben, dass es anderen betroffenen Menschen ähnlich geht, dass man sich austauschen kann und jemand da ist, der einen versteht, der weiß, wie es einem geht. Man kann lernen, wie andere mit der Situation umgehen und daraus Mut schöpfen. Auf Ihrer Internetseite www.menschenmitkrebs.de gibt es so viele beeindruckende Porträts von Menschen mit Krebs, die Mut machen. Initiativen wie diese sind wichtig. Vielen Dank für das Engagement. Allen Betroffenen und Ihren Angehörigen wünsche ich alles, alles Gute.